So ihr Lieben, ich bin wieder hier in meinem Zimmer, weil hier ist momentan ordentliches Internet. Und heute gebe ich dir ein kleines Video von dem Samstag. Also heute ist Samstag, ich weiß nicht, ob das online kommt am Samstag. Ich denke schon, das mit der Zeitverschiebung irritiert mich noch leicht. Ne, nicht leicht, ich habe es überhaupt nicht kapiert. Ich gucke immer auf die Wetter-App von meinem Handy und da steht, welche Uhrzeit bei uns zu Hause ist und welche Uhrzeit hier. Aber ich kann das nicht rechnen. Um Zeiten zu rechnen, bin ich einfach zu blöd. Da spiele ich lieber irgendwelche krassen Melodisch-Moll-Skalen. Gut, also heute, morgen war das, hatten wir eine Breakout-Class mit Andy Timmons, absolut gigantischer Gitarrist. Und ich durfte ein bisschen mit ihm jammen, so einem Jam-Track, den er gemacht hat, über die Akkordfolge D-Dur, A-Dur, B-Moll, G-Dur. Electric Gypsy, der Song. Genau, und das werde ich dir jetzt hier zeigen. Das hat mein Kollege Andi, hat es aufgenommen. Und das kannst du dir jetzt mal anhören. Wie ich gestern schon im Vlog gesagt habe, ist es so, dass hier die Informationsdichte so groß ist, dass ich diese ganzen Informationen hier nicht einfach in einem kleinen Video weiterleiten will, sondern diese Themen richtig ein bisschen ausarbeiten möchte und dir in jeweils einem großen, sagen wir mal, 10, 15 Minuten langen YouTube-Video präsentieren werde, bis ans Ende vom Jahr. Also da habe ich jetzt Material, würde ich sagen, für das nächste halbe Jahr und mit der Viacademy zusammen. War schon eigentlich für das ganze nächste Jahr, weil es ist echt, es ist ein Knaller, was man hier von den Leuten, weil man sie persönlich vor sich hat. Ja klar, das sind auch andere 10 Leute im Raum, aber man kann Fragen stellen und es ist schon, es ist noch wesentlich geiler, als ich mir es vorgestellt habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt aber mein Jam mit Andi Timmons. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Musik 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 Musik